Hey ihr Lieben, ich bin's mal wieder mit einer kleinen Dreier-Session. Heute habe ich mir den Sparta ausgesucht. Lieblingsbetrag. Und hier drüben habe ich mir den Poseidon ausgedacht. Und im Hintergrund läuft noch der Balli mit dem Spiel The Great Saga auf Maxi-Play. Ja, schauen wir mal was geht. Hören wir gleich mit den Freispiele drin beim Poseidon. Schauen wir rüber. Bei mir läuft es immer Leute immer alles am Laufen, die ganze Zeit ständig Freispiele sehr schön anzuschauen. Ja, schauen wir was er sagt. Ich habe auch den Freispiele am Sparta, da kannst du dir was wünschen. Ich habe auch den Freispiele mit dem Larger in der Biblischung gegeben. Jeden Tag die Begrütung, die Flaschs sind zwar nicht. Ich habe die Flasch-Beckel im Weg, die Flasch-Beckel ist gut, das ist gut. Ich habe auch schon lange Zeit, bis ich bin im Weg. Unten wollte ich den Flasch-Beckel. Ich habe auch schon mal wanted. Boah! 48 Euro! jetzt haben wir gleich alle Reels komplett frei 40 Euro, ein bisschen was war es auch Reelsaga schmeckt jetzt noch ein bisschen, schon waren wir die Reelsaga ja gleich haben wir gerade ein Stativ bestellt bei Ebay wird die Cam hier mal so ein bisschen aufgestellt, dann gibt es ein bisschen ruhigere Videos, immer zwei Spiele am Stück da sind wir bei Freispiele drüben drin, schauen wir rüber Leute 10 Freispiele mit Sammelfeature da und Freispiele auf Poseidon parallel jetzt Benängerung ja Poseidon hat gerade 5 vor 15 gespielt, ein bisschen was haben wir schon drauf ja 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 ich weiß nicht ob der Big Wind versteht Leute ja 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 Naja, 72 Euro mit 90 Cent, ich weiß ja nicht. Schauen wir mal wieder rüber. Schauen wir mal wieder rüber. Aber schon mal schönes Video wieder, zweimal freiespieler Poseidon, einmal Great Saga, einmal Sparta. Was will man mehr in 7 Minuten Leute? Ein oder andere würde sich freuen, dass man so ein Spiel durchlaufen würde. Aber das brauche ich mir nicht erklären, dass wir es der Oktar-Simme auch schon wieder werden. Schauen wir mal, ob es wieder so weit geht wie vorhin. Und da? Schade. Ja, da macht er jetzt keine Wheels auf. Jetzt macht er eins auf. Zwei auf. Ja, da macht er sogar noch eins auf. Mit der Hood. Na ja, bisschen was war's da, ne? Sehr schön. Jetzt hat er noch mal Freispiele. Prinz Palace of Poseidon. War's ja immer noch immer noch幾ig. Jetzt hattest du mal aus. Ich hab's da braucht, ist das so weit geht. Und du hast da so weit. Das ist die Idee. Aber ich würde sicher, dass ich mich nicht verkaufen. Ja, ich würde das so weit kommen, ich habe das zu dir. Ich werde nicht verstehen. Und du hast zu dir? Und du hast dich nicht gehört. Ja, wir werden Tizona suchen. Mal kurz zuschalten, Leute. Nehmen wir mal auf die Tizona. Tizona geht immer. Genauso wie der El Torero. Der geht auch immer. Komm, schauen wir noch ein paar Minuten Tizona zu. Vielleicht fahren die Freispiele rein. Zehn Minuten sind wir schon. Reicht der normale. Ihr wisst ja, zu lang ist ja auch albern. Aber so ist es, glaube ich, immer ganz gut, Leute. Jo. Jo, Freunde. Ich lasse es jetzt gut sein. Lasst mal ein Abo, ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Macht zwei Spielewünsche rein. Ich knall alles weg. Ich habe ja alles da. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo gebt. Jo. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Vielen Dank fürs Gucken und Ciao. Tschüss